Was auch immer Wolf plante, ich musste mich später darum kümmern. Ich hatte neue Infos über Müller. Er war versetzt worden, um den Flakturm am Tiergarten zu kommandieren. Ich improvisiere nicht gerne, aber das HQ glaubte, eine Stelle für den Schuss gefunden zu haben, und sie wollten von einem Flugzeug Pläne und Vorräte abwerfen lassen. Leider hatten die Flieger die Abwurfzone verpasst. Sie hatten den ungünstigsten aller Orte getroffen. Das Dach eines Kirchturms. Es stellte sich mir nur die Frage, wer auf mich warten würde. Die Deutschen oder die Russen. Kein Zweifel, dass die mich erwarten würden. So sieht's aus. Damit willkommen zurück zu Sniper Elite V2 Part 6. Oh mein Gott, es brennt! Und es ist ein dunkler, bewirkter Himmel. Und wow, es brennt sogar hinter mir und ich muss laufen. Hedgehardt, Power Ranger. Mit der Kirchglocke könnte ich auch versuchen zu schießen, aber dafür habe ich leider den Sniper nicht gesehen. Aber auf jeden Fall war da einer. Ich habe nicht mal was gesehen. So, jetzt haben wir wieder Ruhe. Jetzt können wir versuchen, mal vielleicht die Kirche mal zu nutzen. Okay. Wow, wow, wow. Alter, den Panzer habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, ich wollte gerade sagen, die Sackgasse. Fuck, von hier kann ich ihn nicht treffen. Wow. Ähm, ja. Was machen wir nun? Ja, Mann. Also, so ein Knall kann ja wohl nicht mal irgendwie hier eine Kirche übertönen, ey. Das kann mir keiner erzählen. Na, jetzt daugst du gar nicht mehr, oder was? Das ist das. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das ist das. Er kommt... Er glotzt mich genauer an. Ja, Mann. Hier war überall Rauch. Wie konnten die mich sehen? Hm, ist hier überhaupt nix. Ja, ich seh mich. Kleiner Lag gerade. Der hat mal getroffen. Kommt auch selten vor, dass mal einer trifft. So schlecht wie die alle sind. Wo geht's denn hier rein? Hier nicht. Ich möchte hier rein. Wie viele sind denn hier? So, jetzt zwar ruhig im Karton. Ja, nur wie geht's jetzt in die Kirche rein? Da brennt alles, da bestimmt nicht lang also. Ja, vielleicht... Durch den Bunker fällt mir dabei gerade noch ein... Nee. Mein Auge juckt. Und das ist nicht fair, mein Auge juckt. Du wolltest gerade abhauen, weil du... Weil du wusstest, dass ich dich sehe, ne? Gehen wir in den Kellern, ne? Geht sowieso nicht da rein, davon abgesehen. Wo können wir ja nur hier dann laufen? Mein Auge juckt immer noch. Mann! Und wie vielen Seiten schießen wir denn hier auch? Ich verstecke mich nicht. So, Ruhe im Karton. Was war das? Was war das? Echt? Sicher das Gebiet! Oh Mann. Was soll denn das? So, und wir betreten, dass die Kirche in... Äh... Äh... Wo ist denn der? Der hat doch schon wieder einen scheiß Wallhack an. Gut, dass hier kaum noch welche waren. Äh, wo muss man noch mal hin? Gibt ja kein Ziel. Was finde das Fall ein gelassene Paket? Ja, ist klar, ne? Ich suche hier jetzt alles ab. Hier geht's nach oben? Cool. Oben ist immer gut. Als Sniper sowieso. Das eingelassene Paket. Achja, irgendwas von der Bombe da, ne? Irgendwas hätte ich doch noch vorhin auch gelesen. Sprinten, sprinten, sprinten! Als Sniper muss man auch ganz schön sportlich sein. Man denkt ja immer, man hockt da irgendwo rum. Und schnipert nur die ganze Zeit. Aber so ist es nicht. Ist das ein Paket? Sieht ein bisschen so aus. Ne. Ne. Da oben ist das Paket anscheinend. Ups. Sie hatten mir ein 43 gelassen. CF4 Fernrohr. Vierfache Vergrößerung. Nett. Aber keine Zeit für eine Probefahrt. Die Deutschen hatten nicht, wie erwartet, gesehen. Eine Probefahrt? Oh ja, schießt sich gut. Sehr gut, glaube ich sogar. Verdammter Mistkerl. Wegen ihn habe ich daneben gezogen. Und noch mit durch seinen Arsch und durch sein sonst was. Überall mit durch. Ist der Schrott? Ähm, ich sehe schon wieder keine Peepits mehr. Schon wieder in einer Mg? Wo ist er? Wo ist er? Vorstells? Ich überlege den deutschen Angriff. Ach so. Mhm. Jetzt kommen sie von woanders. Dann gehen wir wahrscheinlich mal ein bisschen weiter nach oben, oder? Äh. Gehen wir nicht. Dann können wir hier draus. ungesund schlechte sind die schon lange im gebäude jetzt an ach so ein gewehr ist das ist ja schon semi-automatik der kann nie wieder essen ziemlich schnell mit dem teil kaboom panzer so eine ganze front zerstört ok und den dritten auch noch überleben oh 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 yeah catching so ziel erreicht und jetzt wahrscheinlich irgendwie ja flüchten genau cool und wohin flüchten verdammt verdammt die 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 Nein! Aua! Schon wieder eine? Jetzt ist er aber gut da oben, ja? Okay, jetzt bin ich echt fast abgekriekelt. Das hat nicht mehr lange gedauert gerade. Ich lauf einfach. Oh yeah! Keep running! Jetzt chillt er auf einmal so. Oh man! Das Gotteshaus ist zerstört. So! Wieder eine Mission geschafft. Die sechste. Ich hoffe es kommt noch mindestens. Weiß ich nicht. 10, 15. Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!